Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen diesem Montag, dem 22. Februar 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 959, meine insgesamt jetzt schon 500. Folge in diesem täglichen, sagen wir fast täglichen, Vorwart zwischen den Wochenenden. In heutiger Folge haben wir YouTube Spaces, Mortal Kombat, App Store, Google Classroom und WhatsApp als Themen mit dabei. Zuerst Google, die schliessen mal wieder was. Es gibt was Neues für den Google Friedhof. Gefühlt passiert das einmal im Monat. Gut, Google muss man auch zugutehalten. Sie probieren halt auch vieles aus. Teilweise würde ich mir hoffen, sie würden ein bisschen weniger ausprobieren und an anderen Orten ein bisschen einen längeren Atem haben und auch vor allem ein bisschen mehr Leidenschaft in diesen Themen mit reinbringen, sodass dann die coolen Ideen, die sie immer wieder bringen, auch durchhalten. Dieses Mal sind die YouTube Spaces dran. Wer sich jetzt denkt, was ist das für ein Dienst? Habe ich was verpasst? Neues Social Network? Also wäre es gewesen oder auch nicht. Nein, das ist was Physisches, was für YouTuber, das sind nämlich weltweit verteilt. Ich glaube, es waren circa zwölf YouTube Spaces. Eines davon, was bei uns in der Nähe ist, ist Berlin. Die werden jetzt allesamt geschlossen, respektive gehen nach der Lockdown-Schliessung gar nicht mehr auf. Das waren Spaces, also Räume, wo YouTuber, Content Creator etc. räumlich gleiten, nutzen konnten, Equipment nutzen konnten und auch Know-how bekommen konnten, sodass sie eben auch an Schulungen teilnehmen konnten, Motivation und so weiter. Halt, dass es guten YouTube-Content gab. Google möchte das aber nicht ganz schliessen oder die Idee nicht ganz verwerfen. Man möchte in Zukunft auf Pop-Up-Locations setzen und erhofft sich dadurch eine deutlich größere Reichweite, eine Art Event-Charakter etc. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir dann auch mal ein Space eher in der Schweiz. We will see. Dann gibt es Neuigkeiten für alle Fans. Für diejenigen, die schon ganz lange gamen und mit ganz lange, meine ich, 80er, 90er Jahre hat das Ganze irgendwo begonnen, glaube ich. Mortal Kombat, das Fighter-Spiel, gibt es ja auch immer wieder mal in Form von Bewegtbild und jetzt ist der Mortal Kombat Trailer draussen. Das Ganze wird gedreht unter der Regie von Simon McCoy, wenn ich den richtig ausspreche. Er ist ein Werbefilmer und sein erstes Spielfilm-Debüt. Man darf gespannt sein. Deutschland gibt an, also Warner Brothers Deutschland gibt an, Kinostart 8. April. In den Staaten soll der Start am 16. April stattfinden, sowohl in den Kinos als auch im Stream im HBO Max. Mal schauen, ob dann die Kinos schon wieder offen haben und oder ob es nur gestreamt wird und vor allem, wo wir das hier in Deutschland, Österreich und Schweiz genießen können. Für alle Menschen, die nicht so einen guten Magen haben, schaut euch den Trailer nicht unbedingt an. Er ist recht brutal. Weiter geht's mit Apple und dem App Store. Da werden vermehrt Stimmen laut, dass Apple Apps ablehnt aufgrund der Abogebühren. Nachdem Apple immer mehr Entwickler zu sogenannten Abos getrimmt hat, könnte man fast schon sagen, gebracht hat, motiviert hat, wie auch immer, geht man jetzt ins Gegenteil. Denn es gibt immer mehr Anbieter, die ihre, wie Apple es nennt, Kunden abzocken möchten mit erhöhten In-App-Preisen. Und da hat es mittlerweile, oder hat es leider auch einen falschen getroffen, nämlich einer, leider steht nicht genau drin, wer es war, der die Gebühren verlangen musste wegen kostenpflichtiger APIs, die er eingesetzt hat. Somit, aber in dem Fall hat er mit Apple Kontakt aufgenommen, also mit dem Entwicklerteam und dann das Ganze doch noch nachträglich bewilligt bekommen, da er eben belegen konnte, weshalb die Preise so hoch sind. Alle anderen kriegen unangenehm Nachrichten und das ist teilweise auch richtig so. Man sieht ja da teilweise wirklich ziemlich unschöne Beträge in diesem Abo-Geschichten drin. Dann stellt Google ein neues Feature für Classroom vor, oder besser gesagt mehrere, was das genau ist, könnt ihr nachlesen, wenn es euch interessiert. Etwas, was mich da schon eher ein bisschen beunruhigt, ist ein neues Tracking-System. Damit soll der Lehrer sehen, welche Schüler hinten herhängen und welche man so besser helfen sollte. Grundsätzlich eine gute Geschichte, das haben wir ja in der Open-Source-Geschichte oder Open-Source-Lösungen auch mit drin, aber natürlich nicht von so einer Datensammelkrake wie Google. Ziemlich unschön, auch wenn sie das Ganze ja da anscheinend getrennt haben von den öffentlichen Daten, aber ja, don't be evil. Zu guter Letzt bleiben wir beim Evil-WhatsApp. Die haben ja ihre Nutzungsbedingungen verschoben vom 8. Februar auf den 15. Mai. Man hat noch Zeit zum dazustimmen. Wer das bis dahin nicht tut, darf davon ausgehen, dass nach dem 15. Mai einfach der Messenger nicht mehr richtig funktionieren wird. Nur noch gewisse Dinge. Und ja, man kann dann immer noch im Nachhinein die Bedingungen erfüllen und darf dann wieder rein. Wenn man das nicht tut, wird über kurz oder lang das Account gesperrt, geschlossen, wie auch immer. Tja, tschüss WhatsApp, würde ich doch sagen. In diesem Sinne, euch überlegt gut, wechselt zu anderen Alternativen, schaut euch Alternativen an und motiviert auch andere Leute, zu Alternativen zu wechseln und wir werden es alle besser haben. In diesem Sinne, euch damit einen guten und erfolgreichen Start in die neue Woche. Bis dann, euer Martin. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.